Ich bin Zeno, du bist ein Senior oder eine Seniorita oder ein Fabrikbesitzer, lassen wir das ganze Einleitungsgedöns doch mal sein, Leute, denn ich muss hier mal mich ein bisschen beschweren. Es gibt drei unglaublich nützliche, versteckte Features in Factorio, die das Spielerlebnis auf ein ganz anderes Level heben, aber sie sind so versteckt, dass sie kaum einen Spieler kennt. Deshalb habe ich dieses Video hier gemacht, um dir zu zeigen, wie du diese Features aktivieren kannst und was diese Features genau sind, das erkläre ich dir nach dem Intro. Ich verspreche dir aber nicht zu viel, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass du sie aktivieren wirst und nie wieder vermissen willst. Also, gucken wir uns das Intro an und dann fange ich einfach mal direkt an. Ich befinde mich auf meiner aktuellen Karte, die ich im Livestream bei Twitch spiele. Rufe ich jetzt die Minimap auf und gebe euch eine kleine Kamerafahrt von meiner Fabrik, von meiner Basis, dann kriegt ihr zwar einen generellen Eindruck davon, wie ich alles aufgebaut habe, aber euch fehlen einfach wichtige Details und ihr wisst nicht, was, wo, wie viel hergestellt wird. Eine Möglichkeit wäre natürlich einfach, bei mir auf dem Twitch-Kanal mal vorbeizuschauen. Hier unten findet ihr den Link dazu. Ansonsten einfach mal runterscrollen unter das Video in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Link auch ganz easy zum Copy-Pasten. Aber es gibt tatsächlich noch eine Möglichkeit, diese Ansicht hier tausendfach schöner und übersichtlicher zu machen und das Ganze ohne Mods. Schaut mal her. Wie krass ist das denn bitte? Der ein oder andere von euch mag jetzt vielleicht an das Feature denken, dass wir irgendwo mit Rechtsklick raufklicken und uns hier ein Icon aussuchen können und dass ich die jetzt hier irgendwie per Hand reingepackt habe. Das ist nicht der Fall. Wie ihr sehen könnt, skalieren diese Symbole, die wir hier auf der Minimap anzeigen lassen und sind nicht irgendwie mit Texten zu versehen oder sonst irgendwas. Das macht Factorio ganz automatisch für uns. Und schon könnt ihr, wenn ich euch hier eine Kamerafahrt über meine Fabrik geben lasse, sehen, was ich wo herstelle, was wie produziert wird. Und ist das nicht einfach gleich so viel angenehmer, liebe Freunde? Ich kann euch nicht verraten, warum dieses Feature so versteckt ist, aber Tatsache ist, die allerwenigsten Factorio-Spieler wissen, dass man das einstellen kann. Wo man das einstellt, zeige ich euch gleich. Den Fall, den ich euch jetzt zeige, den kennt ihr hundertprozentig. Ihr fahrt einfach nichtsahnd durch eure Basis, haltet mal irgendwo an der falschen Stelle an. Eure Roboter machen sich auf den Weg, arbeiten, reißen was ab, platzieren was, was auch immer. Und ihr seid euch sicher, die seht ihr frühestens in zwei Stunden irgendwann wieder, wenn sie sich mit dem leeren Akku in eure Bildschirmreichweite gequält haben. Aber bis dahin, naja, müsst ihr halt ohne Roboter auskommen. Super nervig. Eigenkreation inspiziert die Fabrik mit acht Inspekteuren. Wow, wo kommt das auf einmal her? Passt aber tatsächlich ganz gut zum Thema gerade. Denn beim nächsten supergeheimen Factorio-Feature geht es quasi um Überwachung. Wenn wir nämlich diesmal in die Reichweite unserer Bauaufträge kommen, sich unsere kleinen Abrissroboter auf den Weg machen, die Bäume inklusive Wurzeln aus dem Erdreich zu befördern und sie normalerweise verloren gegangen wären, könnt ihr sehen, haben wir diese wunderbare kleine orange-gelbe Linie, die uns anzeigt, dass da irgendwo noch Flugroboter aus unserem persönlichen Hangar unterwegs sind, die ganz gerne zurück in unser Inventar wollen. Damit können wir sicherstellen, dass ganz egal, wie weit wir uns von diesen entfernen, wie viel Distanz auch immer zwischen uns liegen mag, wir immer wieder zueinander finden. Ich würde sagen, das ist doch schon beinahe romantisch. Damit wir, meine lieben Zuschauer, auch immer wieder zueinander finden, würde ich euch bitten, nutzt die kleine Zeit, drückt einmal unten aufs Abo-Knöpfchen und dann werdet ihr in Zukunft keine Videos von mir mehr verpassen. Das nächste supergeheime Factorio-Feature sind eigentlich zwei Features auf einmal, aber wir sind ja nicht geizig. Ich kopiere mal diesen Block hier oben und ihr könnt sehen, dass auf einmal eine Reihe blauer Linien aufploppen. Jeder Bauroboter hat eine blaue Linie und zeigt dadurch an, aus welcher unserer Vorratskisten er seine Items bezieht. Ihr könnt sehen, die ganzen Roboter kommen hier hin, weil hier drei Storage Chests liegen, aus denen sie sich eben bedienen. Damit aber nicht genug, liebe Freunde. Wenn wir die Minimap aufrufen, könnt ihr sehen, dass jeder einzelne Bauroboter durch ein kleines gelbes Quadrat auf der Minimap dargestellt wird. Dadurch können wir sehen, wie viele Roboter wo im Einsatz sind, wo die Roboter gerade stecken und eventuell ihren Akku wieder aufladen oder an welchen Robohanger sie gerade fliegen. Wenn wir das Ganze da oben jetzt einmal rückgängig machen und wieder abreißen, könnt ihr sehen, dass sobald sich die Bauroboter ihre ersten Gegenstände geschnappt haben, ebenfalls diesmal durch gelbe Linien angezeigt wird, in welche unserer Lagerkisten, Logistikkisten das Ganze reingepackt wird und gelagert wird. Also auch hier wieder ein kleines Feature oder zwei kleine Feature, die der Übersicht halber wirklich, wirklich großartig sind und für meinen Geschmack einfach in Vanilla Factorio gehören. Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ihr braucht keine Mods, um das hier möglich zu machen. Es ist Teil von Vanilla Factorio, nur eben so versteckt, dass wir es nicht über das normale Optionsmenü an- und ausstellen können. Wie ihr das Ganze einstellt? Naja, ein Druck auf eure F4-Taste wird euch weiterhelfen. Denn das öffnet das sogenannte Debug-Menü. Ein Menü, das eigentlich für die Entwickler gemacht wurde, damit sie sich effektiv auf Fehlersuche begeben können. Dadurch können wir uns nämlich eigentlich versteckte Informationen auf unserem Bildschirm anzeigen lassen. Wir werden in einem gesonderten Video uns alle Schaltflächen einmal im Detail angucken. Da gehe ich das dann mit euch durch. Als ein Beispiel hier die oberste Option zum Beispiel. Dadurch können wir uns die Informationen über unsere FPS und UPS direkt in Factorio anzeigen lassen. Dann könnt ihr sehen, ob euer Spiel auf 100% Auslastung läuft und alles so super ist. Oder ob es irgendwelche FPS- oder UPS-Einbrüche gibt. Im Rahmen dieses Videos interessieren uns aber die vier Optionen, die wir sehr weit unten finden. Und zwar Show Player Robots, Show Recipe Icons on Map, Show Logistic Robots on Map und Show Logistic Robot Targets. Jetzt fangen wir mal von unten an an an. Show Player Robots, das ist genau diese Option, die ich euch eingehends erklärt habe. Dass wir eben einen Balken haben, der uns zeigt, wo unsere eigenen persönlichen Flugroboter hinfliegen. Show Recipe Icons on Map, das ist die Option, die an- und ausstellt, ob wir die Symbole auf der Minimap sehen wollen oder nicht. Ich toppel das mal ein bisschen an und aus, dann könnt ihr da sehen. Show Logistic Robots on Map, natürlich, das sind die kleinen fliegenden Quadrate, die uns anzeigen, wo unsere Roboter sind. Und Show Logistic Robot Targets, das ist eben der Strich, der uns anzeigt, wo die Roboter gerade hinfliegen. Mit diesen vier Checkkisten hier könnt ihr euch also wirklich das Spielgeschehen sehr viel angenehmer gestalten. Wem das zu viel Gewusel ist, der hat natürlich immer die Möglichkeit, diese Optionen einfach wieder auszustellen. Ihr müsst dazu nicht irgendwie im Menü sein oder speichern und laden. Das aktualisiert sich einfach, sobald ihr das Häkchen an- oder ausmacht. Solltet ihr mal keine Lust auf Factorio haben und überlegen, ob ihr euch nicht ein paar neue Games kauft, dann überlegt doch bitte, meinen MMOGA-Link zu benutzen. Wenn ihr Spiele über diesen Link kauft, kostet euch das keinen Cent mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision, was eine super Möglichkeit ist, mich einfach ein bisschen für diese tollen Videos zu unterstützen, die ich hier für die Community mache. Und damit sind wir dann im Grunde auch schon am Ende dieses kleinen Tipps- und Tricks-Videos angekommen. Ich hoffe, das, was ihr gelernt habt, ist hilfreich. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen, das ihr hier bisher noch nicht gekannt habt. Wenn ihr das anderen Spielern zeigen wollt, empfehlt meine Videos gerne weiter. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, weil wir haben heute Freitag. Ich freue mich, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ich bin der Sehner und sage Tschüss und bis bald und die Fabrik muss wachsen. Ganz besonderer Dank geht raus an Cyberbone, Nanane und Pixel Crafter. Ihr seid legendär und ihr wisst es. Bis bald.